Gibt es da wo ein Datum oder so? Gibt es nicht. Nein, schau, wie schön. Nein, Ladies, wer will mein Herz erobern? Sehr lesenswert. Achtung, ich bin's, dein Präsident. Dies ist kein Scherz, ich will der jüngste Bundespräsident aller Zeiten werden. Wo ist mein Kursor? Jede Menge Infos über mich. Also da mal los. Ich bin ein echter Wiener und gehe nicht unter, weil ich gerne schwimme mit... Hör auf zum Lachen, blöde Kuh. Das ist nicht zum Lachen, Utei. Er meint das ernst, hat er gerade gesagt. Also meine Kreativität stecke ich in zahlreiche Hobbys, die ich alle auch zu Job gemacht habe. Zum Beispiel als Journalist, Fotograf, Transvestit, Musikproduzent oder Grafikdesigner. Am liebsten verwende ich viele bunte Farben, wie man auf dieser Homepage wohl merkt. Ach, du Schreck, das klingt ja alles irgendwie gekünstelt wie ein Abplatsch von Herzblatt. Doch kommen wir jetzt zur Sache. In dieser Rubrik kann man in Kürze jede Menge über mich privat erfahren. Weil eines kann ich aber schon vorweg sagen. Normal ist bei mir nix. Das ist Marge aufgefahren. A la das schon. Ganz im Ernst, wer will so einen Typen als Bundespräsident? Ich war noch keine 16 Jahre alter, wollte mich der Elternverein verklagen. Ich zog es vor, die Schule vorzeitig zu verlassen und heuerte bald bei einer Musik... Was? ... und heuerte bald bei einer Musikzeitschrift an. Was steht da? Hier anhören. Österreich ist ein. Für Österreich mit Hausverstand. Vom Adelberg bis Burgenland. Für Österreich mein letztes Hemd. Für dich mein Herz ein Rüstet. Ob blond, ob braun, ob groß, ob klein. Jede kann First Lady sein. Ob Superschlag, ob corpulent. Ich mach dich heil, dein Präsident. Das ist das.